Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hunting Ground. In der letzten Folge haben wir dem Hund geholfen. Der war da an so einem Baum gebunden. Er hatte so etwas Metallartiges in seinem Körper. Das haben wir rausgemacht. Haben ihn quasi in die Freiheit hinausgelassen. Und was hat der Hund getan? Der Hund kam uns zur Rettung, als wir es gebraucht haben. Geeilt ist er auf allen vielen. Und seitdem sind wir beste Freunde. So trug es sich zu. Danach haben wir dann nochmal so ein bisschen unsere Freundschaft gestärkt. Ein bisschen im Park gespielt. Befehle geübt. Und können jetzt dann auch mal so ein bisschen weiterlaufen. Momentan. Wären wir ja nicht wirklich verfolgt. Was mich ein bisschen wundert. Hallo? Hund? Hui? Ah da. Ja komm mit. Nein. Nicht machen, sondern mitkommen. Folge dem heißen Mädchen mit den zu dicken Brüsten. Und dem komischen Augengrafik-Bug. Da muss ich mir auch das Lachen verkneifen, dass ich das gesehen habe. Ah ja, jetzt kommt's. Das nette, nette, zu schöne Hausmädchen. Das nette, nette, zu schöne Hausmädchen. Habt ihr das gerade gehört? Hä? Hat's klang eigentlich so, als wenn mein Controller ausgefallen wäre. Aber funktioniert noch. Vielleicht ist es doch einfach nur vollgeladen. Äh, Memo, Memo, Memo. Hey, oh, äh, Huey, oh, Gott sei Dank. Mit dir bei mir bin ich, mit dir bei mir bin ich nicht allein. Ich bin nicht mehr allein. Lass uns von diesem Ort verschwinden. Beide. Nein, danke. Ich bleibe lieber hier. So schnell kann man seine Meinung ändern. Komm, denk darüber nach. Was hat sie da zusammen gemischt? Sieht aus wie Pasta aus Engelshaar. Nein, danke. Ich bleibe lieber hier. Was meinst du damit? Ja, wer weiß, wer weiß, ob die so gut ist mit dem Kochen. Sie sieht so aus, als wäre sie mit der Vorbereitung des Abendessen beschäftigt. Ja. Vielleicht ist das nicht die beste Zeit, eine Unterhaltung zu beginnen. Vielleicht gibt es... Ich wollte doch mal hier lang. Ach, geht gar nicht. Vielleicht wäre es besser, nie eine Unterhaltung mit ihr zu beginnen. Das wäre mal so mein Vorschlag. Wo ist eigentlich der Hund schon wieder hin? Huey! Hund! Hund, wo bist du? Bleib bei mir. Hallo? Wo ist er denn? Ich meine, die Tür ist doch dazu. Hör auf, in den Kisten rumzuschnuppern. Da gibt es nichts. Scheiße, der ist echt bis nach unten gelaufen. Hängst du da jetzt? Nee, gut, 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 gut. Los! Es gibt viel zu tun. Steck doch nicht den Kopf in die Wand. Okay, so. Ach, ich dachte gerade wieder, ich hätte ihn gehört, aber das war nur die Fußmatte. Ich glaube, die Dinger heißen so. Hier, der Teppich. Der Teppich vor dem... Vor der Tür. Schön, schön, schön. Aber hier auch, dieser... Dieses Schwarz, das dürfte eigentlich gar nicht da sein. Das ist... Das hat im Normalfall, glaube ich, eine andere Farbe. Aber okay. Ich meine, wem es gefällt. Es sind einfach so viele Kerzenhalter auf diesem Tisch. Ich glaube nicht, dass ich mir etwas einbilde, wenn ich sage, dass definitiv etwas nicht stimmt mit diesem Schloss. Ach, ist das so? Es sind doch nur fette, debile Gärtner und Menschen, die uns vergewaltigen wollen in diesem Schloss. Und eine Olle, die vielleicht nicht so gut kochen kann. Vielleicht hat man ihr aber auch einfach die falschen Utensilien gegeben. Hier gibt es nichts. Da kann ich mich, glaube ich, verstecken hinterher. Ja, ja, okay. Ja, Hund. Der ist auch schon gelangweilt. Das dauert ihm auch alles zu lange. Guck mal. Ist das der Kotze? Oder auch wieder... Sollte das wieder nicht da sein? Na gut. Und hier sollten wir dann eine Abkürzung kreiert haben. Werde gleich sehen, was ich meine. Tada! Nicht Tada! Oh mein Gott! Joey! Oh shit, habt ihr nicht gehört? Man hat Stampfe gehört. Oh nein! Aber er ist, glaube ich... Mal schön loben, dass du mir immer folgst. Er ist, glaube ich, in die andere Richtung gestampft, ne? Wie sieht's aus? Ah. Huh. Okay, äh... Jetzt muss ich gerade überlegen. Theoretisch wäre es kürzer, aber da der Typ da lang gelaufen ist, gehe ich lieber den langen Weg. Wir müssen jetzt nämlich mal wieder raus. Und etwas für diese Tür ohne Griff suchen. Ich weiß natürlich, wo es ist. Wow. Irgendwann werde ich noch vom Schatten erschlagen. Kommst du? Ja. Gut. Guti, 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 gut. Komm on. Komm on. Höh! Hast du mich gerade eingebildet? Schon wieder. Alter. Ach nee, Moment. Das ist nicht kürzer. Da musste ich ja wieder die Treppe hochlaufen, ne? Äh, okay, da habe ich nichts gesagt. Aber ich meine, ich konnte ja auch nicht da lang gehen. Also, schon, aber man muss es ja jetzt nicht provozieren. So oft, wie wir mit dem schon zu tun hatten in der Stunde. Na gut. Dann laufe ich mal doch den Weg hier. Komm, Huey. Dankeschön. Hier, hoch. Nein, nein, nein. Nein, das ist die falsche Richtung. Komm zurück. Hund. Huey. Hm. Huey. Es ist zu realistisch. Huey. Huey. Man denkt sich wahrscheinlich auch mittlerweile so, boah, halt dein Maul, ey. Auf, ständig meinen Namen zu sagen. Na, vielleicht sollte... ...hier ruhig mal die Rohren waschen. Müsste ich's auch nicht so oft sagen. Hier müssen wir nämlich lang. Glücklicherweise liegt er nicht mehr auf unserem Bett. Äh, sitzt. Das war eher so, sitzen. Okay, jetzt kann ich mal wieder loben. Oh, boy. Hat ja dann doch jetzt ein paar Mal gehorcht. Und zwar, äh, wenn ihr euch erinnern könnt, wisst ihr jetzt, dass da ja links, dass sich da was geröffnet hat. Da müssen wir ja noch lang. Okay, er nimmt den langen Weg. Viel Spaß. Wobei, warte mal, es gibt gar keinen langen Weg. Es gibt natürlich so einen einen Weg. Kannst du bitte zurückkommen? Und? Moment, gibt's hier eigentlich was? Also, das ist auch nur ein Bug. Ich frage mich, was für eine Art von Zimmer sich auf der anderen Seite befindet. Ich kann Kerzen nicht von drinnen flackern, denn der Hund hat sich gerade bewegt. Trotz, dem ich ihn gelesen hab. Ist das bei den Verfolgern auch so? Wahrscheinlich kann ich da gar nichts anreden. Komm schon. Ja. Und zwar, hier oben, seht ihr das? Da liegt was. Ich kann es auch mal versuchen. Interagieren. Es sieht so aus, als ob da oben etwas ist. Ja, Huey bellt auch. Aber leider ist die Gute zu fett und ungeschickt. Ich glaub, der, der Hund hier... Jaja, der Hund ist hier aber so random. In der Zwischensequenz. Achso. Ne. Der bewegt sich frei, wie er Lust hat. Der, der ist da nicht gescriptet. Ja, okay. Und zwar werden wir jetzt natürlich den Hund da benutzen. Ist ja logisch. Der holt das für uns. Ja, schau dich das an. Guter Junge. Zerbrochene Marionette. Sie hätten auch hinschreiben können. Jeder Mensch von der heutigen Gesellschaft sind auch nur alles Marionetten. Okay, schön loben. Hast du gut gemacht, Junge. Good boy. Good boy. So kam bei. Und dann könnten wir rein theoretisch natürlich das gleiche Mod benutzen. Aber hier haben wir selbstverständlich auch noch ein bisschen zu erkunden. Ein paar Sachen einzusammeln. Medaillon wird sich demnächst wahrscheinlich auch aufklären. Wir können auch natürlich versuchen, schon mal rauszugehen. Gott, der Leck. Können wir das Spiel jetzt aufklären? Ne. So einfach ist es natürlich nicht, ne? Es ist nicht so fest, um darauf zu stehen. Ich bin nicht groß, aber hier muss jemand oder etwas leichtes als ich hochklettern. Ja, das war wegen der Marionette da. Ich muss einen Weg herausfinden. Ich will hier raus. Da aber die Tore anscheinend verriegelt sind, habe ich keine Wahl. Ich muss einen anderen Ausweg finden. Ja. Es gibt tatsächlich eine Möglichkeit, das Spiel vorzeitig zu beenden. Aber. Das klappt leider nur, nachdem man das Spiel einmal durchgespielt hat. Dann kann man das Ende, glaube ich, freischalten. Sonst könnte ich es euch ja hier schon mal zeigen. Geht das eigentlich auf oder war das von innen? Okay, das muss ich von innen aufmachen. Na gut. Und hier links war, glaube ich, nichts mehr, ne? Ja, okay. Äh, dann... Wenn wir das jetzt mal mit der Marionette machen... Das war das Zeichen zum Gehen. Immer schön sicher, dass ich selber noch ein bisschen, äh, befehlen. So, müssen wir natürlich wieder hier durch und dann unten links, ne? Genau, das war ja dann jetzt hier die Abkürzung, die wir geschaffen haben. Nein, nicht die Treppe hoch! Nicht die Treppe hoch! Zurück! Wow! Hörst du schon fast apathisch nach oben. Komm mit! Äh. Ich glaube, ich muss vielleicht doch nochmal rüber gucken hier. Das ist ja dann doch schon heftig, ne? Dem Leck... Ah, nein! Jetzt habe ich die Tür zugemacht. Gut. Lass mal auflatschen. Macht auch Spaß. Ist ja auch ein bisschen schneller. Ja, die Musik ist weg. Ist mir auch manchmal ein Indikator dafür, dass er in der Nähe ist. Oh nein. Ich glaube, hier kann er auch nicht kommen, weil die Alte da ist. Come on! Ich habe die beiden, glaube ich, nie, noch nie zusammen irgendwie gesehen. Oh! Ah. Ja, das ist auch ein guter Indikator, aber er knot ja das Hausmädchen an. Dann hätte jetzt aber auch die Bilitas in der Nähe sein können. War das hier? Nee, Moment. Äh. Orientierung. Verlässt du mich jetzt doch? Moment. Moment. Es gibt ja nur diesen Weg hier. Ah, nee. War schon richtig. War schon richtig. Ja, genau. Hier muss ich hin. Komm her. Los jetzt. Ich will das noch in der Folge scha- Warte, grad geknarrt? Ja, oder? Komm schon, ich will das noch in der Folge hier schaffen. Du faule Sau. Also, wir speichern hier mal. Wobei, weil wir da erstmal... Nein. Nicht auswählen. Abbrechen. Ja. Wir wählen erstmal das Ding aus hier. Ich will ja. Okay. Ich will dasen. Ja. Ja. Genau. Ich weiß. Ja. Ja. Jeeey. Rätsel gelöst. Nudel. Der Hund denkt sich auch nur so auf, wie langweilig läuft eiskalt weiter. Gut, dann lassen wir jetzt speichern. Denn ich würde euch jetzt gerne etwas Spezielles zeigen. Was aber dann leider meine Tod bedeutet. Und zwar, hey. Wir haben doch jetzt diesen neuen Ort hier, oder? Okay. Sieht ein bisschen verstörend aus. Naja. Hey, Hund, warum willst du denn? Ist doch alles gut, oder? Oder soll ich da etwa nicht rauflaufen? Ups. Yay. So etwas gibt es ja natürlich auch. Ich meine, man kann nicht merken, der Hund hat einen wirklich schon gewarnt. Acta est fabula. Ist lateinisch und heißt so viel, wie du bist jetzt in den Arsch gefegt worden. Irgendwie sowas. Äh, also mit dem du bist bin ich mir nicht sicher. Aber mit dem Arsch gefegt, das stimmt so eins zu eins. Tatsächlich. Im lateinischen. Okay. Ist ja dann nicht so weit von dem entfernt, was Ricardo mit uns vorhat. Oh, Mann. Guti. Jetzt fragt man sich natürlich, jo, wie können wir das denn jetzt vermeiden? Nun, falls ihr euch erinnern könnt, es gibt ja hier so eine Plattform. So ein, ja, so ein Ding hier. Und wenn wir uns da raufstellen, können wir das da öffnen und quasi dann daran vorbeilaufen. Laufen. Was ist dieses Geräusch? Ich könnte schwören, ich habe gerade etwas gehört. Aber, wenn wir natürlich runtergehen, ist es wieder zu. Also, was machen wir? Wir lassen den Hund drauf sitzen. Und befehlen ihm zu warten. Äh. Wieso habe ich gerade spontan das Gefühl, dass mein Oh Gott. Wenn die Taste jetzt nicht belegt ist, ne, dann rasse ich aus. Es war doch R3, oder? Hm. Wächter, analogstick, links, rechts, R, oh Gott. Ja. Ich glaube, die Taste ist nicht, ja, die Taste ist nicht belegt. Fuck! Warum eigentlich? komme ich nicht weiter, weil die Taste nicht belegt ist. Okay, eine Sekunde. So. Jetzt müsste es gehen. naja, ich habe jetzt wie gesehen, habe ich nochmal neu laden müssen. Leider. So, guck mal her. Ja, Fiona, hör auf dich zu wundern. Umher Huey. Und jetzt. Ja. Wer auch immer, äh, den Emulator besaß, der hat anscheinend nie diese Tasten, äh, gebraucht. Hier kann es dann auch manchmal passieren, dass der gute Huey einfach mal so von der, von dem Ding runter geht. mit deinen Träut, aber es ist jetzt da. Äh, glücklicherweise nicht so schnell passiert. Gott. Ziemlich lebensmüde von dem Hund, oder? Hat es bei Tieren keine Wirkung? Naja, wie auch immer. Damit hätten wir dann ein weiteres Mysterium gelöst. Die ganzen, äh, Sequenzen, Todessequenzen kann man sich dann im Nachhinein nochmal anschauen, wenn man das Spiel durch hat. Da hat man dann da quasi so eine Galerie zum Gutachten. Aber man kann halt auch Sachen verpassen und ich werde dann mal versuchen, euch so viel bemüht mich zu zeigen. Wahrscheinlich habe ich auch selber nie alles gefunden. Hier ist auch ein merkwürdiger, aufgestellter Stuhl. Dieser Ort kommt mir weiter und unheimlich vor, ja. Der Stuhl ist das Schlimmste von allem hier. Verfolger, Perverslinge, Hunde. Okay, okay, alles gut, aber der Stuhl, das geht zu weit, Leute. Schlimmste von der Stuhl, Wer ist das? Du musst jetzt aufhören, Fiona. Beweilig von Ricciardo. Ihr Azzon. Hallo? Hallo? Bist du da? Mein Gott, jetzt hätten wir den auch, jetzt können wir den auch abhaken von der Liste, ja, geistesgestörte, komische Typen, fette, dumme Typen und hey, kranker, alter, perverser, check, was fehlt noch, ich hab keine Ahnung, mittlerweile haben wir, glaube ich, bald alle abgedeckt, oder? Ja gut, Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play Haunting Ground, in der nächsten Folge, schauen wir mal, dass wir vor die Bilitas flüchten können, können ja dann mal schauen, inwiefern uns der Hund so helfen kann, und dann, ähm, naja, müssen wir natürlich immer noch die zweite Hälfte der zerbrochenen Platte finden, also müssen wir nicht, glaube ich, nicht zwingend machen, aber das wäre schon ziemlich, ziemlich gut, weil sich das schon echt lohnt, ja. Ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, see ya.